Nehmt uns ruhig die Häuser, wir nehmen euch die Sicherheit Mir scheint das Einzige, was sicher bleibt Ist, dass wenn man friedlich schweigt, am Ende nichts bleibt Es tut mir nicht leid, um eure Karren, wenn sie brennen Weil ihr Wichser seid, die anderen den Raum zum Leben nehmen Dann genau denen erzählen, dass sie sich daneben benehmen Wenn sie dagegen Stimme heben und es nicht hinnehmen Dass ihr Leben geregelt wird von ökonomisch-logischen Kriterien Und Überlegungen von FDP-Wählerinnen und Wählern Die auf hochhauskomplexe Bürostadt-Wohnraum setzen Während Menschen auf Bänken nächtigen Finde den Fehler, wenn du aus deinem Zuhause geprügelt wirst Entsteht Hass, doch ihr bleibt marktradikal Seht nur Humankapital, doch schlagen alle alles kaputt Dann wird der Schaden fatal und das Ganze teurer als du denkst Wie wär's, wenn du deine Häuser verschenkst, das mit der Räumung überdenkst? Die Häuser denen, die drin wohnen, alle Mieten fliegen hoch Den Nächsten erfordert mehr Kapitalismus zu wagen Sollte man bewusstlos schlagen, ja ich hab's gesagt, das muss ich sagen Willst du meine Adresse haben, musst du den Staatsschutz fragen Die habt gedacht, es geht, ohne dass es knallt, ihr habt geträumt Randale und Schaden für jedes Haus, das ihr räumt Ihr habt gedacht, es geht, ohne dass es knallt Ihr habt geträumt Randal und Schaden Für jedes Haus, das ihr räumt Kaum einer kann es sich noch leisten In seinem Kiez zu leben, so streicht man die Segel angesichts unbezahlbarer Mich verträge. Kein Wunder, das Frustrierte marginalisierte Deinen Beamer zerlegen und anzünden. Das ist nicht immer fair, aber immer hat's Gründe. Würde man bestimmen über euer Leben, würdet auch ihr Feuer legen. Dafür würde ich meine gottverdammte Hand ins Feuer legen. Nein, ihr seid nicht das pure Böse, nur ein Teil Problem des Ganzen. Doch die Menschen müssen handeln, darum knallt es in der Schanze, in Berlin und anderswo. Und die Verständnislosigkeit, mit der ihnen begegnet wird, ist was den Hass nach oben treibt. Wer Kapitalismus verteidigt, muss einsehen, dass Wehrmutz sich gegen Kapitalismus verteidigt. Zeit für Einsicht, das zu sagen. Legitim sei dies in jedem Fall nicht Falsche, so viel macht Kapitalismus auch frei nicht. Politiker um wollen reden von kriminellen Akten, führen kriminellen Akten und wollen alle schnell verhaften. Doch wir reden nicht von Verbrechen, sondern sozialen Kämpfen, Armut und Reichtum. Wann kommt eine friedliche Demonstration denn mal in die Zeitung? Wenn es nicht kracht und knallt, findet es keine Beachtung, Verhalt und der mit mehr Kohle hat auch mehr Macht. Drum bringen Steine, Mollis, Teerfarben, viel mehr. Daher ist das Motto für die nächsten Male immer noch mehr Schaden. Ihr habt gedacht, es geht, ohne dass es knallt, ihr habt geträumt. Randale und Schaden für jedes Haus, das ihr räumt. Ihr habt gedacht, es geht, ohne dass es knallt, ihr habt geträumt. Randale und Schaden für jedes Haus, das ihr räumt. Ihr habt gedacht, es geht, ohne dass es knallt, ihr habt geträumt. Randale und Schaden für jedes Haus, das ihr räumt. Ihr habt gedacht, es geht, ohne dass es knallt, ihr habt geträumt. Randale und Schaden für jedes Haus, das ihr räumt. bestäumt.